Wie viel Euro geht's, Kämmerjahn? 100 Euro. Wenn das fägt, bin ich eine Runde. Nein! Da komm doch entgegen! Mach es! Hallo Freunde, was geht ab? Ich bin's, Kämmerjahn. Willkommen beim Kanal. Heute seht ihr kein Fortnite-Video, sondern ein Fifa-Video. Ein einzigen, einzigen Kämmerjahn. Was ist das, Leute? Ich hab gesagt, Freunde, diesmal sich jetzt wieder mein Format durch. Und wir hoffen auf ein gutes Spiel. Das ist das erste Spiel gegen Kerem auf jeden Fall. Ich hab noch nie gegen den gespielt. Mal gucken, wie das hier... Warte mal, ey! Warte mal! Ja, ja, ja. Warte mal. Und was spielen wir überhaupt? Du hast das gar nicht gesagt. Ach ja, Leute! Um eine Pay-Safe-Karte. Und um Geld. Um wie viel Euro geht's, Kämmerjahn? Komm, lass 100 Euro machen, damit das fair ist. Ja. Um 100 Euro? 100 Euro. Wenn das fair ist, bin ich ein Hund. 100 Euro. Freunde, wir gucken einfach. Wer gewinnt, kriegt die 100 Euro. Und... Freunde, ich sage gar nicht dazu. Deswegen streng ich mich auch so richtig an. Leute, 100 Euro ist... Machen wir so gleich auf. 100 Euro ist fähig. 100 Euro ist nicht wenig. 12.000 FIFA Points. 12.000... FIFA... 14.000 Faulwachs. Boah, der faul... Komm mit Faulwachs hier am Ball. Ah, da haut er die Tricks raus. Ich will nicht faulen, weil du kriegst direkt ein Winter. Haha. Boah, was macht der mit FIFA? Jala, Junge! Scheiße! Mann! Zwei Worker-Walkers habe ich dir gegeben. Ich darf nicht skillen, ich muss Tore machen. Na, hol den Ball doch mal! Was, ich mach mal mein Fenster zu, Alter. Wollen wir gleich... Ich hoffe, ich explodiere nicht, weil wenn ich FIFA spiele... Ist... Ist krass. Komm. Jawohl. Renn, renn. Na, grann! Nein! Ja! Ja! Na komm, du entgegen... Wala, wie... Komm, Kroos, du bist... Aber Martin! Nein! Nein, weg da! Nein! 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 Ich weiß gar nicht, ob meine Kamera noch richtig steht. Du hast entweder, Bruder! Sag Wala! Nein! Wala! Warte, ich schiesse um Müll, ich schiesse Müll. Ich hab extra. Zwar geht's um 100 Euro, das ist viel wert, aber Elfmeter ist Pussy. Okay. Obwohl, warte, ich überleg grad, es geht um 100 Euro, warum mach ich den nicht rein? Aber, Bruder, ich bin so eklig, auch wenn egal was, ich mach den trotzdem rein bei meinem Bruder. 100 Euro, Alter! Haha! Komm, Junge, dafür mach ich den. Yallah! Nimm ihn doch, nimm ihn! Schieß doch, Junge, ja! Jetzt renn, Kosta! Renn! Nimm ihn schneller! Ja, Junge! Ja, Mann! Ecke! Wo ist Ronaldo? Wo ist Ronaldo? Wo ist Ronaldo? Wo ist der? Bitte nicht, bitte nicht! Komm! Jawoll! Komm, wer ist da? Ja, du F***! Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn! Nimm ihn! Weg, weg damit! Tamam! Komm! Komm, ganz ruhig! Ganz ruhig, Junge! Nein! 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 100 Euro! Ja, Mann! Ich schwöre! Ja! Ja! Ey, mit links einfach dann noch, ne? Mein Torwart, Alter, springt sowieso ne... Ich will nicht schrieen, Mann! Komm, Schicki! Komm, Bruder! Nein! Nein! Ey, ich wollte geiles Tor machen! Was macht der da, ja? Komm, komm, komm! Nein! Komm, komm, komm! Warmbuster! Ja! 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 Ich hab dir meinen Box abgeschlagen, auch ruhig! ? 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 Ich hoffe, meine Kamera steht noch richtig, weil sonst hier auch, wo ich gerade den Tisch geschlagen habe, ist die umgeklickt, umgeklickt. Jetzt, ran! Bala, du bist nicht so schnell, du bist nicht so schnell, komm! Nein! Komm, Bruder, komm! Nein! Jetzt, jawohl, easy win! 2-0! 2-2! 100 Euro, Keller, mach's los! Mann, was ist los? Nein! Weg damit, weg damit! Mach ich! Aufruf, Spicken kurz! Oh nein! Wunderbar, Panik, Panik! Ey, kein Helfer! Weg damit, weg! Nein! Was mach ich da? Oh Mann, nein! Retsch, Modretsch, Modretsch! Nein! Mein Ziel ist es jetzt in der zweiten Halbzeit, deinen Ronaldo zu verletzen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Nein! Oder den auch. Nein! Wenn der jetzt sitzt! Nein! Lock ihn! Nein! Ey, nein! Endere es! Der macht dir trotzdem nicht rein! Weg! 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 Eiväuer! Nein! soundf'llalım, der viele sind sehr schnell! Weil, wieso kickt der denn nicht?! Warn, warte! Ja! Ja! Ey! Es war einfach weg jetzt! Ich hab'm adm cutting! Mein Fehler,開 progression! Oder? fulfillment! Wional Dougherry Paul! Es macht sich Shenk! 10 11 Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2-1, da werden alle aufgebaut werden Nein Weg mit dem... Ey, ich hab den noch gar nicht, ich versuche ihn mal! Doch, doch Ich schwöre, mein Gott, ihr habt's gesehen Der wäre trotzdem drin, diese Flanke Der wäre niemals drin Ja! 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 Zwei! Zwei! Zwei zu eins sagt der 2 zu 2 Junge 100 Euro! Eine weiter! Eine weiter! Zwei! Einfach hier rein! Ja! Zwei noch! Oh mein Gott, meine Hände schwitzen so gerade. Komm. Wohin? Nein. Spiel doch noch ein weiter. Komm, Junge. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Ari. Nein, nein, nein. Hey, nein, Waller, nein. Weg. Jetzt. Puh. 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 ні, ja. Ja, Bura. Ja. Nein. Oh mein Gott. Ja. Nein. Mann. Jetzt! Bitte mach ihn! Nein! Nein, nein, Wallahlein! Nein, Wallahlein! Nein, nein! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Sollen wir noch einspielen? Das erste Tor? Das erste Tor? Ich hatte einen Golden Goal! Okay, Golden Goal. Freunde, jetzt ein Phänomen Ding ist gespielt. Ich hab heute dreimal dritt genommen. Golden Goal. Wer das erste Tor macht, hat gewonnen. Robocic. Da kommt ein Verein in einem Spiel für 100 Euro. Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Komm, 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 komm! Ja, ja! Nein! Hell nein. Aleksandro, Junge! Warte mal, wenn ich jetzt vorkassiere, ich schreib den auf Instagram an den. Nein! Golden Goal, Freunde! Ich hab gewonnen! Point! 100 Euro! 100 Euro! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ja, Bruder, Junge! Okay, Bruder, Junge! Engelma, Junge! Er ist weg! Ah! Freunde, ich weiß nicht, wie du willst, ich gebe, die Gibt da noch drauf, um zu checken Wann auf Instagram, hab alles in der Beschreibung. Freunde, wir haben acht bis auseinandergelobbt. Ja, mach die Kamera aus, Digga, ne Scheiße. Und ich komme gleich, ich bringe dir das Geld. Walla ist so unverdient, ja. Gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video. Folgt mir auf Instagram.